Die EM 2024 steht an. Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich darauf vor. Jetzt ist es fix. Julian Nagelsmann bleibt Bundestrainer. Er hat seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Er ist ein lockerer Typ, der out of the box denkt, der Dinge verändern will. Das tut, finde ich, diesem verstaubten Verband richtig gut. Darum soll's heute aber gar nicht gehen. Jetzt gibt's das Format Being Bundestrainer. Wir nominieren zusammen den EM-Kader. Dieses Mal ist das offensive Mittelfeld dran. Den typischen Spielmacher gibt's nicht mehr. Es wird viel mit den Flügelstürmern rotiert. Da kann man das nicht mehr voneinander trennen. Da ist es spannend, wer nicht bei der EM-Kader sein wird. Denn es gibt zumindest in meiner Planung nur fünf freie Plätze. Es müssen also vielseitige Spieler ran, die zentral und außen einen Impact haben. Wen ich nominieren würde, das checken wir jetzt. Los geht's. In der Offensive ist die neue Generation da. Das ist jetzt, wenn man so will, der Start. Zumindest mit der Doppelzehn, wo den Jungs vertraut wird. Dieses Format, Being Bundestrainer, wird's in den nächsten Wochen noch ein paar Mal geben. Abonniert am besten deshalb schon mal den Kanal, wenn ihr die anderen Folgen nicht verpassen wollt. So, Flo Wirz ist 20 Jahre alt und der neue Raumdeuter. Er sieht, wo Lücken sind und läuft da rein, um anspielbar zu sein. Hier ist seine Heatmap. Eigentlich ist er im kompletten Zehnerraum unterwegs. Und naja, wenn er dann den Ball hat, gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder er zieht selbst in den Strafraum, das macht er meistens über den linken Halbraum. Oder er passt in die Schnittstelle, das klappt dann meistens etwas zentraler. Wirz ist ein starker Passgeber. Wenn man über seine Stärken spricht, muss man insbesondere ein Wort sagen. Vororientierung. Wirz bewegt sich so intelligent, dass er meistens der Spieler ist, der den größten Abstand zu den Gegnern hat. Er positioniert sich zwischen den Ketten, kriegt den Ball und hat so genug Zeit, um aufzudrehen und den Ball weiterzuleiten. Er hat viele klare Aktionen. Und was mir so gut gefällt, ist, dass es oft eine flüssige Bewegung ist. Von der Ballannahme bis zum Pass, es geht total schnell. Wirz hat im Schnitt 45 Ballberührungen im Angriffsdrittel. Er spielt drei Key-Pässe pro Spiel, aus denen direkt eine Chance entsteht. Und da gehört er zu den Besten der Welt. Die Nationalmannschaft setzt auf Ballbesitzfußball, was ja perfekt zu ihm passt. Wirz darf auf der halblinkten Seite bleiben, so wie im Verein. Und für einen Zehner lässt er sich dann relativ untypisch nach hinten fallen, um im Spielaufbau zu helfen. Da sieht man dann eine weitere Stärke, die Nachorientierung. Wenn Wirz gepasst hat, bleibt er nicht stehen, sondern bewegt sich sofort wieder in die freien Räume. Dadurch spielt man mit ihm total oft Doppelpässe, um dann Angriffe einzuleiten. Wir reden immer über seine Fähigkeiten mit dem Ball. Und ja, da ist er weltklasse. Es wird aber oft ausgeblendet, wie gut er ohne Ball ist. Deshalb will ich das hervorheben. Für Flo Wirz wird die Europameisterschaft das erste große Turnier sein. Bei der EM 2021 war er in der U21-Nationalmannschaft. Bei der WM 2022 hatte er einen Kreuzbandriss und wurde ganz knapp nicht rechtzeitig fit. Bis jetzt hat man versucht, ihn Stück für Stück heranzuführen. Zwar oft in der Startelf, aber nie über die volle Distanz. Er ist immer ausgewechselt worden. Aber ich denke, das sollte sich jetzt mal ändern. Er kann einen großen Impact aufs Spiel haben, mit und ohne Ball. Und ich finde, er ist der beste Zehner, den Deutschland hat. In der Offensive ist es wichtig, dass es verschiedene Spielerprofile gibt. Jamal Musiala ist 21 Jahre alt und hat, obwohl er so jung ist, jetzt schon die Nummer 10 auf dem Trikot, was ja eine absolute Ehre ist. Musiala geht selbstbewusst in die Europameisterschaft und meint, ein Turnier spielt man, um zu gewinnen. Dafür braucht man laut ihm halt einen guten Spirit. Was ihr an seiner Heatmap sehen könnt, ist, wie oft er auf linksaußen eingesetzt wird, also bei den Bayern. Und dann zieht er diagonal in die Mitte. Gut, in der Nationalmannschaft muss der Junge auf rechts ausweichen, aber vom Stil her bleibt's dann ziemlich ähnlich. Musiala ist ein Dribbler. Das ist ein Stil, den's auf diesem Level im deutschen Kader sonst eigentlich nicht gibt. Wirz ist auch gut, aber Musiala ist, finde ich, da noch mal eine Stufe drüber. Das startet dann schon bei der Ballannahme. Er legt ihn sich so auf den Fuß, um schnell sich drehen zu können und dann offen zu stehen, sprich mit dem Gesicht zum Tor. So kann er dann direkt angreifen. Im Dribbling ist der Ball extrem eng am Fuß. Und der große Vorteil ist, dass er beidfüßig ist. Der Ball pendelt nämlich zwischen links und rechts. Das sind sehr viele kurze Kontakte. Und das sieht schon wirklich spinnenartig aus. Je enger der Raum, desto beeindruckender ist es. Das sieht total leichtfüßig aus. Im Schnitt siebeneinhalb Dribblings pro Spiel und mehr als die Hälfte davon sind erfolgreich. Es ist ein schmaler Grat zwischen brotloser Kunst und effizientem Dribbling. Bei ihm hat es aber Sinn und Verstand, weil es eben nicht nur ihm hilft, sondern dem ganzen Team. Sollte Musiala von außen in die Box dribbeln, ins 1 gegen 1 Duell gehen, kann man ihn nur sehr, sehr schwer stoppen. Deshalb muss der Gegner Überzahl haben. 1 gegen 2, 1 gegen 3. Und so entstehen dann kleine Lücken im Strafraum. Musiala hat eh den Kopf immer oben, legt den Ball quer. Und so entstehen immer wieder gefährliche Situationen. In der Nationalmannschaft ist er gesetzt. Und auch da hat er ein Auge für die Mitspieler. Zum Beispiel gegen Frankreich. Der Junge kriegt einen hohen Ball in den Lauf. Er umkurvt den Keeper. Der Winkle ist aber zu spitz. Deshalb legt er quer auf Havertz und der trifft. Ich hab schon das Gefühl, egal ob beim FC Bayern oder in der deutschen Nationalmannschaft, wenn man im Ballbesitz ist. Und ich weiß, hm, wie kommt man da durch den Abwehrblock? Ach komm, wir geben Musiala den Ball. Er zaubert bzw. findet irgendwo einen Weg. Das kriegt er oft hin und das macht das alles so beeindruckend. Diese Doppel-Szenen wird's Musiala. Die muss eigentlich gesetzt sein. Welche Alternative gäb's denn? Ja, eine ist Kai Havertz. Seine Rolle ist total schwer zu definieren, weil er polyvalent ist. In der Offensive kann er überall ran. Als falsche Neun, als Zehner, vielleicht sogar noch mal weiter hinten. Hauptsache, er bleibt zentral. Gehen wir doch die Rollen mal ganz kurz durch. Beim FC Arsenal kann er als falsche Neun mit seinen Laufwegen die Defensive destabilisieren. Sollte er merken, im Spielaufbau braucht man Hilfe. Fällt er zurück und geht dem Ball entgegen. Havertz macht ihn fest, legt ihn ab. Und das Ziel ist, den Gegner aus der Kette zu ziehen. So entsteht dann eine Lücke. Die Flügelstürmer können die Tiefe attackieren und durch diese Lücke schlüpfen. Klar, so kann man ihn einsetzen. Er ist am stärksten, wenn er den letzten Pass in die Spitze spielen kann. Braucht das die deutsche Nationalmannschaft? Da würde ich sagen, nein. Havertz ist jetzt als Neuner eingesetzt worden, aber mit einer etwas anderen Rolle. Er hat die Tiefe attackiert, weil er einen guten Antritt hat und so die gegnerische Kette immer wieder gestresst hat. Das Problem daran ist, er ist, finde ich, kein Weltklasse-Abschlussspieler. Gegen Frankreich hat er dreimal geschossen mit einem Expected Goalswert von 0,65 inklusive eigenem Treffer. Den haben wir ja gerade schon mal angesprochen. Gegen die Niederlande hat er kein einziges Mal geschossen. Mir fehlt die Präsenz in der Box. Wie man sich da freiläuft, wie man sich Chancen erarbeitet. Und das ist bei ihm nichts Neues, ohne echten Neuner zu spielen. Das ist riskant, den Chancen wird sich Deutschland so oder so erarbeiten. Es braucht halt jemanden, der die Dinger dann reinmacht. Da sind andere besser als er. Havertz sollte deshalb lieber ins offensive Mittelfeld als Zehner. Da ist er präsenter wegen seiner Robustheit und der Technik. Je öfter er am Ball ist, desto besser ist es. Er ist clever, taktisch enorm intelligent und eben niemand, der selbst den Ball versucht, ewig zu halten, sondern ihn direkt wieder weitergibt. Das unterscheidet ihn dann auch ein Stück weit vom Rest. Und am wichtigsten ist, er weiß, wann es sich lohnt, in die Spitze zu sprinten. Früher, bei Bayer Leverkusen, hatte er das fast perfektioniert. Seine Torquote war damals überragend. Aus tieferen Positionen ist er plötzlich nach vorne gesprintet, ist da aufgetaucht und hat den Ball bekommen bzw. hat ihn dann verwertet. Die Idee, die man jetzt also beim DFB hatte, die war grundsätzlich schon richtig bzw. nachvollziehbar. Nur die Position war falsch, man sollte ihn halt etwas weiter zurück ins Mittelfeld ziehen, denn da ist er effizienter. Tja, die Konkurrenz ist halt dort im Zentrum deutlich größer und deshalb ist Havertz ja noch auf der Suche nach seiner Rolle. Vielleicht, weil er zu vielseitig ist und deshalb immer wieder wo eingesetzt wird, wo gerade Not am Mann ist, als Neuner, auf dem Flügel, als Außenverteidiger, aber eben sehr selten zentral hinter der Spitze, wo er, finde ich, am stärksten ist. Bei der Europameisterschaft wird er natürlich mit dabei sein. Für mich ist er halt eher ein Joker. In der Nationalmannschaft gibt's das Leistungsprinzip. Die besten Deutschen sollen spielen. Jonas Hofmann ist mit Bayer Leverkusen Meister geworden und hat auf jeden Fall ein gutes Momentum. Dafür hat er zuletzt aber gar keine Chance bekommen. Seit Nagelsmann Trainer beim DFB ist, hat er nur einmal insgesamt 25 Minuten gespielt. Das war gegen Mexiko. Im November wurde er noch nominiert, bekam aber keinen Einsatz. Und im März wurde er dann nicht mehr nominiert. In der Offensive ist Hofmann ein Allrounder. Er ist in vielen Bereichen total solide. Die Übersicht, die Passqualität, das braucht man ja in den Halbräumen, um Chancen zu kreieren. Hofmann ist kein spektakulärer Spieler, bei dem man sich denkt, wow, was hat er denn hier gerade gemacht? Er hat selbst mal gemeint, unter dem Radar zu spielen, unauffällige Aktionen zu haben, das war schon immer so sein Ding. Ja, oder man kann auch sagen, die Leistungen schwanken extrem. Die Konsequenz ist, dass er seine Torquote in dieser Saison bei weitem nicht gehalten hat. Zum Vergleich, in den ersten 15 Bundesligaspielen lag die bei fünf Toren und sieben Vorlagen. In den letzten 15 Bundesligaspielen bei null Toren und zwei Vorlagen. Er ist etwas durchgehangen und hat deshalb zwischenzeitlich seinen Stammplatz verloren. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass er in wichtigen Spielen getroffen hat, in der Europa League gegen West Ham im Hinspiel. Da war er ein Joker, durfte eine Viertelstunde ran und direkt war er an beiden Treffern beteiligt. Ihn als Joker zu bringen, das könnte auch eine Idee für die Nationalmannschaft sein. Hofmann ist ja, wie gesagt, nicht nominiert worden. Und deshalb muss man jetzt fragen, hat er noch eine Chance auf die EM? Ich würde sagen, ja, eine kleine, denn Hofmann ist ein Teamplayer. Er ist ein aufgeräumter Charakter, der in sich ruht. Er stellt keinen Anspruch zu spielen, macht keinen Ärger. So war das ja dann auch schon die letzten Male im DFB-Team. Bei der Europameisterschaft wäre er eine Ergänzung. Da muss man halt klären, was für einen Spielertyp braucht man als Reservist? Jemanden, der eher nach innen driftet oder jemanden, der die Breite sucht? Er wäre eher der zentrale Spieler. Und da gibt's einige, die eine höhere Qualität haben. Wenn wir über das Leistungsprinzip reden, dann wäre er, Stand jetzt, nicht mit dabei. In der Nationalmannschaft sind gerade wenige BVB-Spieler. Das könnte sich aber bald ändern. Julian Brandt wäre eine Alternative in der zentralen Zehnerrolle. Er soll zwischen Genie und Wahnsinn, ihm fehlt die Konstanz. Brandt ist am Ball elegant, geht da auch gerne mal in die Halbräume und spielt Steckpässe in die Spitze. Aber es ist so frustrierend, weil er oft den Ball zu leicht verliert und blöde Fehler macht. Er ist ein schlampiges Genie, bei ihm schwankt es zwischen den Extremen. Bei ihm fällt mir die Vielseitigkeit auf. Und da geht's um die verschiedenen Rollen, die er einnehmen kann. Als Zehner soll er sofort nach vorne gehen, da sucht er die Vertikalität. Erst trägt Brandt den Ball gerne mal ein paar Meter, und dann zieht er mit nem Pass das Tempo an und schickt den Stürmer. Aber man kann ihn auch anders einsetzen. Als Achter durfte er ja früher bei Bayer Leverkusen ran. Da lässt er den Ball zirkulieren. Und man wird immer wieder überrascht, weil er Dinge tut, die man in dem Moment gar nicht erwartet. Bei der Nationalmannschaft ist er im erweiterten Kader, und da braucht man insbesondere Spieler, die mehrere Rollen können. Hier die wichtigste Zahl, 2,86 progressive Läufe pro 90 Minuten, sprich mit viel Raumgewinn. Und das zeigt schon seine Vertikalität. Und er kreiert 5,6 Chancen durch Pässe, Dribblings oder weil er ein Foul zieht. Mit dem Ball ist er einer der besten Deutschen. Das ist schon richtig stark. Und was jetzt auch noch neu bei ihm ist, ist die defensive Arbeit. Brandt hatte im November gesagt, Defensivarbeit ist nur Kopfsache. Ja, früher meinte er mal, dass alle Trainer an ihm verzweifeln, weil er zu wenig tut. Aber ab und zu springt er dann doch mal über seinen Schatten. In der Champions League gegen Atletico hat er sich reingehauen, das Bein lang gemacht, ist einen Schritt mehr gegangen, um zu stören. Und das war schon sehr, sehr stark. Und da frag ich mich ehrlicherweise, warum kriegt er das nicht immer hin? Ja, es ist halt Kopfsache. Bei Brandt will ich noch eine Sache hervorheben. Er ist ein Teamplayer. Gegen Atletico wurde er ja eigentlich zum Man of the Match gewählt. Aber statt zu sagen, okay, danke für die Trophäe, hat er sie abgelehnt und gemeint, ey, der Sabitzer hätte sie verdient. Ja, er ist ein Top-Charakter. In der Nationalmannschaft ist er regelmäßig dabei. Da weiß man das ja auch zu schätzen. Seit der Weltmeisterschaft hat er acht Länderspiele gemacht. Dreimal von Beginn an. Jetzt im März war er halt nicht dabei. Und ich schätze, unter anderem, weil er beim Debakel gegen die Türkei und Österreich dann doch nen Anteil hatte. Brandt hat das Potenzial, einer der besten deutschen Fußballer zu sein. Ihm fehlt, wie gesagt, die Konstanz, die steht ihm im Weg. Bei der Europameisterschaft muss man sich sicher sein, wenn ein Joker reinkommt, liefert er ab, ja oder nein. Und naja, bei ihm ist es so ne Fifty-Fifty-Chance. Entweder ist Brandt überragend oder er ist unsichtbar, damit er weiter rasiert. Ja, so wie in der Champions League hab ich jetzt noch nen Tipp. Den Philips-Rasierer aus der Serie 5000. Die Kollegen von Media Markt Saturn haben ihn gerade im Angebot. Der Rasierer ist wie ein Spielmacher auf dem Fußballfeld, da gibt's einige Gemeinsamkeiten. Mit der Skin-IQ-Technologie passt er die Schneideleistung dynamisch an, um die Haut zu schonen, so wie ein Zehner ja den Rhythmus des Spiels bestimmen sollte. Und die Scherköpfe sind flexibel, 360 Grad drehbar, um der Gesichtskontur zu folgen, so wie ein Zehner den Kopf ja nonstop dreht, um die Umgebung zu scannen. Also, mit dem Philips-Rasierer könnt ihr euch trocken, nass oder sogar unter der Dusche rasieren. Und es gibt noch einen Präzisionstrimmer, um die Konturen anständig zu rasieren. Wenn ihr jetzt beim Media Markt Saturn kauft, gibt's noch ne Aktion mit dem Code MANU20. Bekommt ihr 20 Euro Rabatt. Klickt einfach auf den Link unten in der Videobeschreibung, da sind alle wichtigen Infos. Es wird über eine Sache sehr oft in der Nationalmannschaft geredet. Es fehlen Führungsspieler. Einer der wenigen, der noch da ist, ist Thomas Müller. Er strahlt Mentalität aus, ist bereit zu kämpfen, ackert und treibt die Leute um sich herum an. Seine Heatmap sagt jetzt nicht so viel aus. Er ist halt ein Raumdeuter, der dahin geht, wo er das Gefühl hat, okay, hier kann man gleich was kreieren. Das ist oft relativ weit außen. Aber er ist bei weitem kein typischer Flügelstürmer. Da muss er eher aushelfen, weil's bei den Bayern eben so viele Verletzungen gibt. Die größte Stärke von ihm ist die Kommunikation. Müller redet viel, gibt Anweisungen, was jedem hilft. So ist jeder dann mit dem Kopf da, bleibt wach und weiß, worauf er achten soll. Die Ballzirkulation wird von ihm oft vorbereitet. Wenn ihm auffällt, dass sich jemand falsch positioniert, ruft er das sofort zu. In der Offensive sind ja viele junge und talentierte Spieler. Die kann er ordnen. Aber hat Müller nen Stammplatz? Nee, natürlich nicht. Die Konkurrenz ist hart, dazu ist er schon 34 Jahre alt. Er ist für mich jemand, den man in einer schwierigen Lage reinwirft. Da kann er dann noch mal einen neuen Impuls bringen. So wie beispielsweise jetzt gegen die Niederlande. Da wurde er eingewechselt und hatte direkt ne riesengroße Torchance. Einen Schuss zentral vor dem Tor mit einer starken Parade des Keepers. Da stand's noch eins zu eins. Also, es wär die Chance auf den Führungstreffer gewesen. Was ich damit zeigen will, ist, er braucht keine Zeit, um warm zu werden, sondern ist sofort da. Der Kampfgeist, beziehungsweise der Wille, noch zu gewinnen, das strahlt er aus. Und in der Kabine verhält er sich dementsprechend dann extrem professionell. Das wird beim FC Bayern und dann auch in der Nationalmannschaft ziemlich oft betont. Er ist jemand, der so intelligent ist und sieht, oh, dass Selbstvertrauen fehlt. Und dann versucht er, die jüngeren Spieler aus diesem Loch zu ziehen. Er hält alles zusammen, nicht nur, wenn's gut läuft, sondern auch, wenn's schlecht läuft. Auf ihn als Charakter sollte man auf gar keinen Fall verzichten. Früher war das Motto, Müller spielt immer. Vielleicht sollte man das jetzt ein bisschen abändern. In Müller ist immer dabei. Die Europameisterschaft wäre der perfekte Abschluss seiner Karriere. Er sagt zwar, aus der Nationalmannschaft sollte man nie zurücktreten, weil es eine Ehre ist, dabei zu sein. Er wird, solange er aktiv Fußball spielt, zur Verfügung stehen. Aber rein sportlich ist dann auch mal Zeit für die neue Generation. Trotzdem, seine Art zu spielen und sein Charakter werden Deutschland fehlen. Und solange es möglich ist, ihn dabei zu haben, sollte man das auch. Also, bei der Europameisterschaft ist er ein Safe Call. Bis jetzt haben wir vor allem über zentrale Zehner gesprochen. Wichtig ist es aber auch, mehrere Facetten im EM-Kader zu haben. Timo Berner kann man zwar als Stürmer einordnen, aber er spielt meistens auf dem Flügel. Es ist Spielpraxis wichtig, um überhaupt noch eine kleine Chance auf die Europameisterschaft zu haben. Deshalb ist er zu Tottenham gegangen. Er selbst sagt, dort hat er den Spaß am Fußball wiedergefunden. Die Heatmap zeigt, dass er Breite ins Spiel bringt, weil er oft an der Seitenlinie klebt, um dann mit Anlauf in die Box zu ziehen. Was macht ihn so stark? Na klar, die Direktheit im Spiel. Bei einem lockenden Ballbesitz kann er lauern, um dann, wenn der Gegner aufgerückt ist, in die Tiefe zu sprinten oder sollte man gezielt verlagern und ihn dann in Eins-gegen-eins-Duelle bringen, kann er auch mit seinem Tempo am Gegner vorbeiziehen. In der Theorie klingt das super. In der Premier League hat er in zwölf Spielen zwei Tore erzielt und drei vorbereitet. Das ist eigentlich ein ganz guter Wert, weil es immer eine Aktion pro Spiel war. Also in jedem Spiel entweder ein Tor oder eine Vorlage. Also es ist schon sehr konstant. Dort im Verein ist man auf jeden Fall zufrieden. In der Nationalmannschaft hat Werner zuletzt gar keine Rolle mehr gespielt. Vor einem Jahr, im März 2023, war er das letzte Mal auf dem Platz. Und das war in der Doppelspitze mit Niklas Vöhlkrug. Um ehrlich zu sein, hätte ich jetzt schon mit einem Comeback gerechnet. Denn neuer Trainer, neue Ideen. Julian Nagelsmann ist ein großer Fan von ihm, die Beziehung ist eng. Bei RB Leipzig hat er aus ihm mehr rausgekitzelt als jeder andere Trainer. Ja, weil er ihn richtig eingesetzt hat. In der Saison 2019-20 in 45 Pflichtspielen, 47 Skorrerpunkte. Werner sollte nicht in der Spitze ran, weil er da zu statisch ist, sondern tiefer, um mit Anlauf in die gefährliche Zone zu stechen. In der Angriffslinie war er meistens ganz außen. Auch im Strafraum orientierte er sich eher nach außen. Das war schon richtig stark. Wenn jemand Werner wieder zu einem krassen Stürmer machen kann, dann ist es Nagelsmann. Klar, dafür braucht er Zeit, um ein System zu finden, das passt. Als Joker wiederum seh ich ihn ehrlicherweise nicht. Da ist er bei RB Leipzig nicht wirklich in der letzten Hinrunde hervorgestochen, hat keine neuen Impulse gesetzt. Auch in der Nationalmannschaft ist er mir da nie aufgefallen. Naja, vielleicht wäre es jetzt so kurz vor der Europameisterschaft das eine Experiment zu viel. Und na ja, deshalb ist es für ihn wahrscheinlich zu spät. Im deutschen Fußball ist in den letzten Jahren eine Sache sehr wichtig gewesen. Und das war der Flügelfokus. Das hat angefangen mit dem Bayern. Und das hat dann natürlich auch die Nationalmannschaft geprägt. Leroy Sané kann man auf dem Flügel überall einsetzen. Und da bringt er dann jeweils verschiedene Facetten rein. Um es mal ganz simpel zu sagen, auf links ist er eher ein Vorbereiter, auf rechts ist er der Vollstrecker. Das liegt dann auch daran, wie man seinen starken linken Fuß einsetzt. Gehen wir da mal ein bisschen tiefer. Auf links sucht Sané die Breite, um von dort dann ins Dribbling zu gehen. Er kann gestalten, Angriffe einleiten und generell dann auch ein bisschen kreativer sein. Rechts ist er dann inverse. Er zieht in die Halbräume, ist näher am Tor, bringt sich dann selbst in gefährliche Situationen, um dann abzuziehen. Zum Vergleich, seine Bilanz in der aktuellen Saison. Auf der rechten Seite hat er sieben Tore geschossen und vier Treffer aufgelegt. Auf der rechten Seite sind es nur, in Anführungszeichen, zwei Tore und neun Vorlagen. Da sollte man auf die Assists achten, denn mehr als doppelt so viele Tore aufzulegen, obwohl man deutlich weniger in dieser Rolle gespielt hat. Das ist schon speziell. Das macht Sané so wertvoll. Je nachdem, was man braucht, kann man ihn dann einsetzen. Es wird seit sehr vielen Jahren diskutiert, wo ist er stärker, links oder rechts? So ne klare Antwort gibt's gar nicht. In der Nationalmannschaft wird er eigentlich immer auf rechts eingesetzt, zumindest seit der Weltmeisterschaft. Und das passt ja auch zu dem Motto nur so breit wie nötig. Sprich, es sollen möglichst viele Spieler zentral bleiben. Aber, und das ist der springende Punkt, kann Sané denn überhaupt bei der Europameisterschaft spielen? Ist er fit? Er liegt mit ner Schambeinentzündung flach. Seit ein paar Wochen ist Training schon gar nicht mehr möglich. Beim Spiel beißt er sich dann immer wieder auf die Zähne. Aber Sané schleppt sich in den wichtigen Spielen durch. Und so kann diese Verletzung nicht aushallen. Jetzt ist er zum Glück erst mal raus, in der Hoffnung, dass es besser wird. Aber die Zeit läuft natürlich gegen ihn. Bei der Europameisterschaft müssen die besten Spieler dabei sein. Und jeder sollte fit sein. Ob man Sané mitnehmen sollte, da bin ich zwiegespalten. Und das wird wahrscheinlich ne Last-Minute-Entscheidung. Eine sehr ähnliche Rolle hat Chris Führig. Er ist links außen, sucht die Breite und durfte zumindest mal bei der Nationalmannschaft reinschnuppern. Drei Kurzeinsätze, insgesamt 58 Minuten. Ich finde, je weiter außen er ist, desto besser ist er. Weil er da seine Stärke ausspielen kann, und das sind die Dribblings. Da muss man hervorheben, wie mutig er ist und wie oft er in Eins-gegen-eins-Duelle geht. Sein Richterfuß ist stärker, deshalb kann er gefährlich in die Mitte ziehen, macht Trippelschritte und wartet, wie der Verteidiger reagiert. Dann macht er nen kleinen Bogen nach rechts, zieht ab und schießt den Ball ins lange Eck. In der Bundesliga hat er die drittmeisten Dribblings angesetzt. Mit ner durchaus guten Erfolgsquote. Das ist nicht ganz auf dem Level von Sané oder Musiala. Hier seht ihr's mal zum Vergleich, aber trotzdem ist es auf nem starken Niveau. Der große Unterschied zwischen ihm und den anderen beiden ist aber, er schlägt Flanken, im VfB sogar die zweitmeisten. Er geht da bis zur Grundlinie und lupft dann den Ball hoch in die Mitte. Wir alle wissen, wie wichtig das ist, um auch mal tiefstehende Gegner zu knacken. Das kann ein ganz entscheidendes Stilmittel bei der EM sein. Auch hier zum Vergleich, 39 Flanken von Führig mit ner Erfolgsquote von 23,1 Prozent. Doppelt so viele wie bei Sané, bei dem auch weniger ankommen. Da muss man aber sagen, bei dieser Quote stechen beide nicht wirklich positiv heraus. Also, als Joker ist es wichtig, eine andere Facette reinzubringen. Wenn sich Führig breiter positioniert, kann er die Kette des Gegners auseinanderziehen. Und so ist es dann auch für die Kollegen zentral ein bisschen leichter, Lücken zu finden. Und er kann Flanken in die Box schlagen. Und dazu kommt er noch, auf dem Führig braucht man ja ne gute Chemie. Insbesondere mit dem Linksverteidiger, der direkt dahinter ist. Maxi Mittelstädt und er kennen sich ziemlich gut vom VfB. Sie ergänzen sich. Wann hinterläuft man, um Überzahl zu schaffen? Wann ist Führig ganz außen? Wann muss er mal einrücken? In der hitzigen Schlussphase müssen alle Spielzüge sitzen. Und die beiden würden das, da bin ich mir ziemlich sicher, hinbekommen. Die nackten Zahlen von Führig sind gut. Sieben Tore und sieben Vorlagen in dieser Saison. Er ist ne Top-Alternative. In der Nationalmannschaft müssen frische Gesichter sein. Spieler, die ein Leuchten in den Augen haben, wenn sie bei der Europameisterschaft dabei sind. Von daher, Führig könnte schon ne Alternative sein. Zu guter Letzt haben wir dann noch Serge Gnabry. Er ist nicht mehr unumstritten, wie gesagt, die zehn hat er verloren. Wobei die ja eh rein traditionell nie so richtig zu ihm gepasst hat. Gnabry ist ein Abschlussspieler. Je näher am Tor, desto besser. Er ist beidfüßig, deshalb macht es, anders als bei Sané, nicht so nen gravierenden Unterschied, wo er spielt. Das ist relativ ähnlich. In der Nationalmannschaft ist er ne Zeit lang sogar als Mittelstürmer eingesetzt worden. Sein Körper ist relativ robust, er hat nen tiefen Schwerpunkt und ne brutal gute Schusstechnik. Wobei da ja viel rotiert worden ist. Man wusste nie so wirklich, wo er gleich ist. Zentral oder dann doch außen. Das Experiment ist schon länger vorbei und das ist auch gut so, denn als Stürmer ist er verschenkt. Er positioniert sich in der Box ja nicht zentral und wartet da auf die Bälle, sondern versucht, etwas weiträumiger zu sein. So ein typischer Angriff von ihm sieht so aus. Das ist die Schusskarte von der WM 2022. Ja, da ist er viel im Strafraum gewesen, aber halt in den Halbräumen. Wenn er dort den Ball hat und ne kleine Lücke sieht, dann zieht er sofort ab. Zwölf Schüsse, ein Tor und die Expected Goals lagen bei 1,1. Vielleicht wäre es dann manchmal doch ein bisschen besser, den Kopf hochzunehmen und zu checken, hey, ist ein Kollege in einer besseren Position, ja oder nein. Aber ja, das ist schon Meckern auf hohem Niveau. Übrigens, die Schusskarte sah sehr ähnlich aus, wenn er dann die zentrale Spitze in der deutschen Nationalmannschaft war. Naja, als Profi hat er in jeder Saison eine zweistellige Torausbeute im Verein gehabt. Um das zu verdeutlichen, seit 2016. Erst bei Werder Bremen und dann bei den Bayern. Okay, außer dieses Mal und diese Saison ist wirklich zum Vergessen. Erst bricht er sich den Unterarm, dann erwischen ihn mehrere schwere Muskelverletzungen. Gerade als er wieder fit ist, zack, macht der Muskel wieder zu. Insgesamt 24 Spiele hat er, Stand jetzt, verpasst. Gnabry kann helfen, wenn er fit ist. Die Hoffnung ist auch bei ihm, dass er rechtzeitig hundertprozentig fit ist. Das Ding ist, seine Abschlussstärke haben nur wenige in seiner Rolle, also auf Außen, und er braucht in der Regel nicht lange, um wieder auf einem guten Niveau zu sein. Aber was ist, wenn er zu früh sein Comeback feiert? Macht der Muskel wieder zu? Ja oder nein? Es ist auf jeden Fall riskant. Deshalb ist es wohl auch hier ne Last-Minute-Entscheidung, ob man ihn mitnehmen kann. So, jetzt nominieren wir das offensive Mittelfeld. Insgesamt fünf Plätze sind in meiner Planung verfügbar. Wie gesagt, es ist vor allem spannend, wer nicht mit dabei ist. An Florian Wirtz und Jamal Musiala kommt man nicht vorbei. Sie ergänzen sich mit ihren Stilen richtig gut. Der eine ist im Passspiel minimal stärker, der andere im Dribbling. Sie sind in den Halbräumen am stärksten, quasi als Doppelziehen. Eine Europameisterschaft ist lang, da braucht man dann starke Charaktere. Thomas Müller ist deshalb unverzichtbar. Er wird zwar nur ein Reservist sein, aber das ist ja überhaupt kein Ding. Ja, über seinen Humor kann man streiten, es ist halt typisch bayerisch. Aber er kann die Stimmung auflockern und wenn er ins Spiel kommt, dann hat er meistens noch mal einen Impact. Jetzt haben wir noch zwei freie Plätze und da ist wichtig, mehrere Facetten reinzukriegen. Zum einen Breite, Chris Führig hat auf jeden Fall Momentum. Er ist mutig, bringt auch mal frischen Wind rein. Wer gute Leistung zeigt und das über die komplette Saison, sollte belohnt werden. Die anderen Spieler, die Konkurrenten von ihm sind, haben das ja nicht geschafft. Zum anderen Tiefe. Kai Havertz ist jemand, der mit seinen Läufen die Gegner provoziert, wodurch sie dann eventuell unsortiert sind und das kann dann helfen. Er ist gerade eh mit einem guten Flow, wird bei Arsenal immer wichtiger und ist fit. Auch das ist nicht ganz unwichtig. Ja, hier haben wir sie. Meine fünf Nominierungen. Damit kann man schon zur Europameisterschaft fahren. Um ehrlich zu sein, bereue ich es aber ein Stück weit nicht, noch einen Platz zur Verfügung zu haben und dafür einen Stürmer weniger nominiert zu haben. Denn einen freien Kaderplatz bräuchte Deutschland, sollte einer der Stars noch fit werden und noch mal ein paar Spiele vorher machen. Also entweder Leroy Sané oder Serge Gnabry. Früher sind ja immer wieder angeschlagene Spieler mitgenommen worden, wenn sie unverzichtbar wären. Okay, aber das ist ja bei beiden gerade nicht der Fall. Man weiß halt nicht, wann und ob sie überhaupt helfen, aber einen der beiden würde ich schon gerne mitnehmen. Beim Rest ist es eine relativ klare Sache. Timo Wernerts Zeit ist vorbei, auf dem Flügel sind halt andere Spieler vielseitiger als er. Julian Brandt ist zu unkonstant, da weiß man nie, was man kriegt. Und Jonas Hofmann ist für mich ein Spielertyp, der total schwer greifbar ist, weil er in nichts wirklich brutal stark ist. Das sind alles gute Fußballer, keine Frage, die zu den Besten auf ihren Positionen gehören. Aber es ist halt gerade in der Offensive ein brutal harter Konkurrenzkampf. Das ist vom Format Being Bundestrainer die vierte Folge gewesen. Falls ihr die anderen verpasst habt, gar kein Problem, hier sind sie verlinkt. Klickt da gerne mal rein. Bei den Stürmern, ja, da würde ich einen jetzt rausstreichen. Vielleicht red ich da mal in einer anderen Folge drüber. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsch ich auf jeden Fall alles Gute, haut rein und ciao. Bis dann, wie geht's mal. Untertitelung des ZDF, 2020